Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und dass ich hier heute die Möglichkeit habe, meine vorläufigen Überlegungen aus der noch nicht ganz abgeschlossenen Masterarbeit zu präsentieren. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Johanna Fleischer, ich bin ausgebildete Modedesignerin und studiere derzeit im Master Soziologie an der TU Berlin. Und zur Soziologie bin ich gekommen, weil ich aus meiner Arbeit als Designerin daran interessiert war, wie sich gesellschaftliche Phänomene wie die Mode entwickeln können. Im Laufe des Studiums wurden aber auch die Phänomene immer größer, die mein Interesse geweckt haben. Und jetzt bin ich mittlerweile nach einer intensiven Auseinandersetzung mit Mode und Kleidung im Bachelor jetzt im Master in die Planung von Städten und der Untersuchung der sozialen Konstruktion von Raum angekommen. Daher schreibe ich auch meine Masterarbeit über ein Phänomen, das sich mit städtischer Entwicklung auseinandersetzt, nämlich der Offenheit von Stadt für Minderheiten. Meine Arbeit trägt den Titel Wie kommt die Vielfalt in die Stadt? Also das Ziel der Arbeit besteht darin, an zwei Fallbeispielen den Einfluss sozialer Einrichtungen auf den städtischen Raum in Berlin zu untersuchen und umgekehrt, wie deren Handlungsweisen geprägt werden durch die städtische Logik. Und das versuche ich durch die Frage, wie die Räume der Einrichtungen eine vielfältige Teilhabe ermöglichen und damit durch Handlungen dazu beitragen, dass sich Bewohnerinnen den städtischen Raum zu eigen machen und damit also auch eine diverse Bevölkerungsstruktur entstehen kann. Ja, wie ist Teilhabe im städtischen Raum überhaupt möglich? Ich denke, mit dieser Frage sehen sich öffentliche und soziale Einrichtungen wie Familienzentren oder nachbarschaftliche Begegnungsorte zunehmend konfrontiert. Denn das Problem, das sich für diese Einrichtungen im urbanen Raum stellt, ist eine Auflösung der repräsentativen Mitte. Also die Abkehr von einem einzelnen klassischen Lebensmodell hin zu ganz pluralistischen Lebensformaten und damit auch ganz diversen Zielgruppen. Ich vertrete die These, dass die Teilhabe an städtischem Leben für viele gar kein großes Thema ist, weil es eben gar keine Frage ist, dass man über verschiedene Institutionen diesen Zugang hat. Denn die meisten Bürgerinnen sind ja an sehr starke Institutionen gekoppelt und haben damit automatisch auch den Zugang zur Stadt. Wie zum Beispiel Arbeitsplatz, Schule, Universität. Und man ist sogar über die Familie gleich an mehreren Orten angebunden. Aber was ist eben mit den Bürgerinnen, die über einen solchen Zugang nicht verfügen oder nicht mehr verfügen? Und genau darauf zielt meine Forschungsfrage. Also wie gelingt es eben auch diese Menschen, in städtische Prozesse aufzunehmen und nicht nur als Randgruppen mit Sonderräumen zu versorgen? Ganz kurz erst noch zur Gliederung des Vortrags. Ich werde in meinem Vortrag schrittweise in mein Forschungsfeld hineinzoomen. Dabei beginne ich zuerst mit einem Blick auf Berlin, dann die Lokalisation der Stadtbezirke, über das Umfeld der Einrichtungen, bis wir einen Blick in die Häuser und schließlich auf die Handlung der Akteure werfen. Und jede dieser Ebenen habe ich auf verschiedene Weisen erhoben und dabei meine Fähigkeiten als Designerin auch mit einfließen lassen. Am Ende werde ich das Ganze dann noch theoretisch rahmen. Also kommen wir zu Berlin. Das Besondere an Berlin ist sicherlich die bewegte Geschichte der Stadt, die Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg und auch die Zeit der Teilung und die Nachwendezeit. An der Stelle möchte ich hervorheben, dass beide Bezirke, die ich beforsche, im Westteil der Stadt liegen. Denn was meine Arbeit nicht sein soll, ist eine komparative Studie über die Stadtentwicklung in Ost und West. Ich vermute nämlich in meiner Forschung für beide Bezirke sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse zu erhalten, was ich dann eben nicht mit Ost und West erklären kann, sondern auf Handlungsweisen der Bewohnerinnen und die Lokalisation derer in ihrem Umfeld und ihrem Bezirk zurückzuführen. Kurz zur Position der Bezirke. Also Steglitz ist aus einem mittelalterlichen Dorf entstanden und später eingemeindet. Es liegt eher im Gürtel der Stadt und wird überwiegend bewohnt von Personengruppen mit gutem bis hohem Einkommen. Demgegenüber befindet sich Kreuzberg über lange Zeit in einer Randlage. Also nach der Erschließung des Stadtrandes entstehen dort die Arbeitermietskasernen, für die Berlin auch bekannt ist. Und auch zu Zeiten der Teilung ist der Bezirk Kreuzberg wieder ein Randstück von Berlin, also an der Grenze gelegen. An manchen Stellen sogar von drei Seiten von der Mauer umschlossen. Hier leben immer noch viele einkommensschwache Personengruppen, wobei sich das zunehmend ändert. Denn mit dem Ende der Teilung und dem Mauerfall wird diese Position sehr stark verschoben, denn Steglitz bleibt zwar weiter in Randlage, aber Kreuzberg wird zum Teil des Innenstadtkerns. Okay, schauen wir uns jetzt mal den Urban Fabric der Bezirke an. Steglitz gilt als das Villenviertel, wobei sich dieser Ruf auf das Südende bezieht. Also man sieht das hier an den vereinzelten Punkten, rechts, unten oder hier am linken Rand. Der Bereich, den meine Forschung betrifft, befindet sich im Bismarckviertel, also im Norden des Bezirks, der seit Beginn des 20. Jahrhunderts erschlossen wurde. Den habe ich hier hell hinterlegt. Dieser Teil zeichnet sich durch fünfgeschossige Mietskasernen aus, mit großzügigem Innenhof und der nahegelegenen Bismarckstraße als Einkaufsstraße. Abgeteilt wird der ganze Bereich durch die große S-Bahntrasse, hier als schwarze Linie zu sehen, und andere Verkehrsachsen. Und auch die große schwarze Fläche ist ein großer Friedhof. Kreuzbergs Urban Fabric kann durch die Arbeiterkaserne charakterisiert werden, die eben eine besonders dichte Wohnlandschaft bildet und enge Bezirkteile, die von den Berlinern auch als Kieze zusammengefasst werden. Und diese gruppieren sich dann meistens eben um eine bedeutsame Gewerbestraße, also zum Beispiel der Wrangelkiez oder Bergmannkiez, Gräfekiez und so weiter. Dort, wo die Bebauung durch Kriegsschäden durchbrochen wurde und neue Wohnkomplexe oder Gewerbekomplexe entstanden sind, ist die Dichte aufgelöst. Das sieht man hier auch ganz gut im oberen Teil von Kreuzberg. Und dort ist sie auch viel weniger prägend in der Erzählweise der Bewohnerinnen der Stadt. Also es scheint, dass es dort weniger ein gemeinschaftliches Lebensgefühl gibt, eine stärkere Auflösung auch der gewerblichen Struktur. Und dort wird auch die Zuschreibung Kiez nicht gebraucht. Da Innenhöfe in Kreuzberg sehr klein sind und zu klein, findet der Großteil des nachbarschaftlichen Zusammenlebens und der Öffentlichkeit auf den Straßen oder in Einrichtungen statt. Öffentliche Orte und Plätze sind vor allem im südlichen und ehemaligen 36, also Südost 36, massig vorhanden. Entlang des Kanals erstrecken sich Grünflächen und verbinden wieder andere Grünflächen miteinander. Also man kann in Kreuzberg eigentlich von einem Netzwerk aus Grünflächen sprechen. So, tauchen wir mal ein in das direkte Umfeld um die Einrichtungen, die ich untersucht habe. Hier habe ich mit Recherchemethoden aus dem Urban Design gearbeitet und versucht, das halt grafisch gegenüberzustellen. Zum einen kann man sagen, dass Steglitz im Vergleich zu Kreuzberg eher geschlossener wirkt, Kreuzberg oder das Umfeld um die Einrichtungen in Kreuzberg offener. Was Freiflächen angeht, überwiegen die Freiflächen in Kreuzberg, wohingegen Steglitz eben eher kleine und vor allen Dingen zu den Einrichtungen gehörige Freiflächen aufweist. Kooperationspartner, also hier die Hellgrauen, gibt es in Kreuzberg in direktem Umfeld, wohingegen in Steglitz eben eher immer irgendwas noch dazwischen liegt. Also wir haben hier in Steglitz die Grundschule einen Häuserblock weiter oder die Kirche zwei Blöcke weiter, wo wir in Kreuzberg aber auf diesem Areal, das ist das ehemalige Bethanien-Krankenhaus, viele verschiedene Einrichtungen in einer Parkanlage haben. Also da ist einerseits eben dieses Begegnungszentrum, was ich untersuche, dann das Jugendamt, ein Künstlerhaus, die Kirche, noch eine Schule nebendran, ein Kulturverein und so weiter. Also sehr viele Kooperationspartner im direkten Umfeld. Was das Gewerbe angeht, haben wir in Steglitz eher Gewerbe in der Bismarckstraße, also wirklich gesammelt in einer Einkaufsstraße und nur sehr vereinzelt in den Wohnblöcken. Demgegenüber ist in Kreuzberg eigentlich in jedem Wohnblock auch Gewerbe zu finden. Insbesondere aber auch sehr unterschiedliches Gewerbe, also sowohl auf Tourismus abgestimmt, aber auch wieder Kulturangebote, also Museen, Bibliotheken, aber auch Dinge des alltäglichen Lebens. Also sowohl den Spätkauf als auch Cafés, Restaurants, also für ein sehr breites Publikum. Die Wohnraumstruktur, darauf bin ich gerade schon in der Folie vorher ein bisschen eingegangen. Da haben wir eben in Steglitz eher kleinere und geschlossene Blöcke. Das Interessante ist eben auch, das wird hier mit Absicht nicht dargestellt, die Innenhofstruktur. Diese Darstellung versucht zu zeigen, wie es sich anfühlt, durch die Straßen zu laufen. Insofern sind die Innenhöfe nicht interessant, weil eben hier der Eindruck vermittelt werden soll, wie es sich anfühlt, wenn man als Spaziergänger durch die Straßen läuft und man kann eben in die Innenhöfe nicht gucken, man sieht nur geschlossene Blöcke. Das ist in Kreuzberg ähnlich, wobei die Blöcke hier teilweise durchbrochen sind. Also man kann durch die Blöcke durchlaufen, die Wege sind jetzt hier leider nicht dargestellt, aber man kann auch öfter in Blöcke hineinlaufen, Innenhöfe sehen und durch das Gewerbe werden die Blöcke auch nochmal aufgebrochen. Was den Verkehr angeht, dafür sind die Querschnitte eigentlich auch ganz schön, um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen. In Steglitz haben wir sehr starken stehenden Verkehr, wenig bewegten. Es ist halt eben eher ein Wohnumfeld, wo man sein Auto parkt, aber wenig fahrender Verkehr ist. In Kreuzberg dagegen haben wir sehr stark befahrene Straßen. Die sind zwar auch nicht besonders groß, also die Adelbertstraße ist jetzt keine besonders große Straße, aber die Befahrung ist sehr stark, weil ja auch öffentlicher Nahverkehr fährt, also der Bus fährt direkt vor der Einrichtung. Das ist in Steglitz nicht der Fall. Also der nächste Bus fährt erst zwei Häuserblöcke weiter und hinter der S-Bahntrasse ist dann auch erst der S-Bahnhof. So, jetzt einen Schritt weiter ins Feld hinein. Hier sehen wir die Mobilität der Teilnehmerinnen rund um das Nachbarschaftshaus in Steglitz. Durch Glück konnte ich bei einer Kiezrallye mit rund 60 Kindern die Gelegenheit nutzen und diese nach ihrer Mobilität fragen. Die Fragebögen habe ich mit den Zeichnungen der Kinder und als Routen in die Karten eingezeichnet. Bei den 60 Zeichnungen ist auffallend, wie wenig Orte relevant gemacht werden. Das sind meistens nur drei Orte, also Schule, ein Freizeitort und das eigene Zuhause. Und nur die Hälfte der Kinder nannte das Nachbarschaftshaus überhaupt als relevanten Ort. Viele gingen nachmittags eher einmal zum Sport oder zum Spielplatz. Dabei wurde der Lauenburger Platz, also die einzige Parkfläche hier, aber als sehr schmutzig hervorgehoben und die Kinder betonten, dass sie lieber in ihren Innenhöfen spielen. Im Vergleich dazu hier auf der nächsten Folie habe ich junge Migranten im Begegnungszentrum in Kreuzberg befragt. Und diese weisen ein ganz anderes Bewegungsmuster auf. Also sie verbringen ihre Freizeit an vielen verschiedenen Einrichtungen in Kreuzberg. Viele engagieren sich ehrenamtlich in den Einrichtungen. Und auch wenn sie außerhalb des Bezirks wohnen, nehmen sie die weite Strecke fast täglich auf sich. Sie arbeiten und studieren oder lernen auch außerhalb des Bezirks. Und es ist also sehr bemerkenswert, dass sie so viel Zeit in Kreuzberg verbringen. Ihre Mobilität ist daher sehr groß und weitläufig und verbindet aber auch viele Einrichtungen miteinander, was ganz spannend ist. Also die letzte Einheit meiner Betrachtung ist die Bewegung in den Einrichtungen selbst. Hier zu sehen die Nutzung der Räume durch die Sozialarbeiterinnen. Dabei positionieren sie sich um Objekte und Teilnehmerinnen herum. Und je nach Nutzungsvorhaben sind sie in anderen Ebenen des Gebäudes. Also das Gebäude ist sehr stark strukturiert. Bei der Gemeinwesenarbeit zum Beispiel im EG nutzen sie die gesamte Fläche scheinbar unstrukturiert mit vielen Teilnehmerinnen und bewegen sich zwischen den Teilnehmern. Bei den Beratungsgesprächen im ersten Obergeschoss fixieren sich ihre Aufenthaltsorte in ihren Büros und bestehen dann meistens aus Einzelgesprächen. Sie sind nicht nur räumlich fixiert, sondern auch zeitlich fixiert. Die Teambildung, in denen sich Personengruppen dann thematisch versammeln zu Koordinations- oder Organisationszwecken, finden im zweiten Obergeschoss statt und weisen dann eher rotierende Bewegungen auf. Hier zu sehen, vor allen Dingen, wenn die Hauptamtlichen sich darum kümmern, dass alle genug Getränke haben und solche Sachen. Man erkennt darin eine Struktur von auflösender Bewegung und fixierter Bewegung und umschließender Bewegung. Das ist jetzt das Beispiel aus Kreuzberg in Steglitz. Interessanterweise konnte ich so klare Formen nicht finden. Es gibt die Beratung dort aber auch erst seit einem Jahr und das Gebäude ist von seiner Aufteilung her ganz anders strukturiert, also mit einem Hort und dann halt Büros, die sehr stark geteilt werden von den Sozialarbeiterinnen. Insofern muss sich das da vielleicht noch entwickeln oder aber die Gebäudestruktur gibt das nicht her. Das ist eine Frage, die man sich dann noch stellen muss. Okay, kommen wir zum theoretischen Teil. Mit der Frage, wie wird man Stadt oder wie wird überhaupt ein Raum? Raum entsteht durch Positionierung oder auch Spacing genannt und Syntheseleistung. Das heißt, dass die Anordnung und die anschließende Synthetisierung dieser Anordnung einen Raum entstehen lässt. Zum Beispiel, ich stehe hier an diesem Punkt, nehme Studenten, BIMA, Sitzflächen und so weiter wahr und synthetisiere das Ganze zu einem Vorlesungsraum. Diese Anordnung wird verstärkt, je öfter sie wiederholt wird. Das heißt, je stärker sie institutionalisiert ist. Diese Sinnzusammenhänge habe ich gelernt. Sie können aber auch verändert werden, indem sie halt gesellschaftlich neu konstruiert werden und in anderer Form wiederholt werden. Die Stadt ist ein Geflecht aus vielen verschiedenen Anordnungen und Räumen, die auch ineinander greifen. Das hier in diesen Punkten aufgegliedert. Nämlich zum einen der Habitus, der sich halt auf das Handeln in einem lebensweltlichen Raum bezieht, also dem Sozialraum, sagt man in der sozialen Arbeit. Und meine Handlungsweisen und Grundmuster liegen eben eingebettet in diesem lebensweltlichen Zusammenhang. Und der bezieht sich eben auf Nachbarschaft und Gemeinschaften, die mich direkt umgeben. Das Material der Stadt, klar, das liegt irgendwie auf der Hand, ist halt das Objektivierte der Stadt, also die Gebäude, die Infrastruktur, die Straßen. Alles, was ich in dieser Anordnung finde und zum Raum hinzunehmen muss. Am Ende steht eine Doxa, die man auch als Eigenlogik der Stadt beschreiben kann. Ein Narrativ, das Menschen wie ein Branding unter sich vereint. Also im Falle von Berlin zum Beispiel Arm, aber sexy, was so eine Phrase geworden ist. Oder auch Multikulti. Oder auch diese Annahme von, dass man in Berlin gut feiern kann. Die ja auch seit den 70er Jahren so ein bisschen entstanden ist. Aufgrund meiner Beobachtung kann ich jetzt aber argumentieren, dass auch Bezirke, ähnlich wie Städte, so eine Doxa entwickeln und eben ihre je eigene Logik haben, der ihre Handlungen auch folgen. Und diese Logik arbeite ich in vier Interviews heraus, die ich dann mit den Hauptamtlichen geführt habe. Die sind aber noch nicht fertig. Das heißt, hier kann ich noch nichts Konkretes vorstellen. So, wie involviert die Stadt denn jetzt die Vielfalt? Also die naheliegendste Art, die man finden kann, ist, dass Menschen positioniert werden. Also dazu werden die Teilnehmerinnen durch Hauptamtliche von Einrichtungen in den Räumen oder durch Aktivitäten der Einrichtungen im Stadtraum positioniert. Durch Wissensvermittlung, wie diese Räume zu verstehen sind, werden die Teilnehmerinnen dann zu einem Teil der Anordnung. Das ist die passive Form, an einem Raum teilzunehmen. Das Engagement bedeutet, dass Teilnehmerinnen sich selbst am Spacing beteiligen, also zum Beispiel selbst neue Mitglieder positionieren oder ganze Raumformen eigenständig leiten. Je offener dabei die Flächen im Bezirk sind und je vielfältiger die Möglichkeit, desto größer ist dann auch die Vielfalt an selbstgestalteten Formen, also zum Beispiel kochen mit Freunden, eine Fahrradwerkstatt gründen, ein Begegnungscafé, Seniorenausflüge machen, eine Demonstration oder Straßenfeste ausrichten. Symbole und Gesten, vor allen Dingen aus der Kultur und der Tradition, sind Objekte und damit Kommunikationsformen, die eine Anordnung leichter verständlich machen und helfen, in neue Anordnungen einzutreten und teilzunehmen. Also die Syntheseleistung wird durch diese Symbole unterstützt. Das kann zum Beispiel ein Samuwa sein oder der Kaffeecharakter eines Begegnungsortes oder auch einfach die herzliche Begrüßung aller neuen Teilnehmerinnen. Eine ständige Erneuerung der Gruppe würde allerdings ein beständiges Neuvermitteln der Wissensbestände erfordern. Es kann sich dann nur wenig selbstständiger Einsatz von Seiten der Teilnehmerinnen entwickeln. Und das heißt, es werden auch Räume benötigt, in denen eine Gemeinschaft unter Gleichgesinnten und Bekannten Teilnehmerinnen stattfindet, also geschlossene Räume. Und dort sehen wir ganz stark diese geschlossene Bewegungsform, also Räume und Orte der eigenen Lebenswelt. Und diese wirkt stabilisierend für andere Aktivitäten der Einrichtungen. Solche Räume sind zum Beispiel muttersprachliche Gruppen oder Hilfsgruppen mit spezifischen Fragen wie Migration, Behinderung, Alter oder Krankheiten. Dann brauchen wir gemeinsame Identifikationen, die die Menschen verbinden, auch über Kulturen und Nationalitäten hinweg. Die Identifikation mit einem Ort, einem Bezirk oder einem gemeinsamen Thema sind die Verbindungen zwischen den unterschiedlichsten Menschen und führen zu institutionalisierenden Handlungsweisen. Zum Beispiel Kreuzberg als politisch engagiert und auch rebellischer Bezirk. Und Steglitz dagegen eben als bürgerlicher, geordneter und damit aber auch der originalere Stadtbezirk, in dem die Bewohnerinnen schon sehr lange leben und zur Ruhe kommen können. Zum Abschluss möchte ich die Erkenntnisse zusammenfassen. Die Form der Bewegung, wie ich sie in den Häusern beobachtet habe, lässt sich auf das Umfeld der Einrichtung übertragen. Betrachtet man alle Aktivitäten, die innerhalb der Einrichtung geschehen, als zeitlich und räumlich fixiert, so kann man zu dem Schluss kommen, dass die fixierten Treffpunkte wie die Eintrittstore in andere Anordnungsformen fungieren. Offene Bewegungen können dann in Form von Festen und Demos geschehen auf der Straße. Schließende Bewegungen geschehen auf Ausflügen und in Treffen in etablierten Gruppen. Durch die beständige Wiederholung der Formen werden die Räume für Teilnehmerinnen immer leichter zu verstehen und auch reproduzierbar. All dies hängt jedoch stark davon ab, wie die Bewegung schon im Innenraum der Einrichtung verläuft. Denn ohne fixierte Treffpunkte können auch die anderen Bewegungsformen keine Kontinuität erreichen. Ja, und damit schließe ich meinen Vortrag und bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit.